Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Sims 4 bei der 100 Baby Challenge. Und oh, oh nein. Warum tust du denn nicht eher aufstehen? Jetzt haben wir gleich am Anfang Blasenversagen. Das kann ja nicht werden, ey. Mein Gott. Ja, jetzt geduschen, ja. Aber das befehle ich dir. Oh Mann, Kim. Ach, Chess. Aufwischen. Hunger haben wir auch. Haben wir noch schönes da. Ein? Einer? Ne, dann... Was ist das? Ne, das sind die Makaroni und Käse. Dann tu mal... Wochen... Und mach... Äh, mach... Ähm... Und rühre ein. Ja, Partikus. So. Ne, nicht weinen, bist du selber dran schuld. Hättest du ja auch eher aufstehen können, ne? Aber eine Sache habe ich noch. Das gehört eigentlich nicht hierher. Ähm, aber... Ich habe vom The Sims 4 Let's Play mit Kimberly die Folge, die morgen kommen wird, noch normal. Und ich hatte an dem Tag aber noch zwei andere vorproduziert. Ich bin unter anderem mit ihr in den Urlaub gefahren. Und ja, habe dort jemanden kennengelernt, den sie auch wirklich sehr mochte. Und ja, auch romantische Gefühle hegte. Ja, nur leider ist diese Aufnahme weg. Sie ist weg. Mein Aufnahmeprogramm hat sich verabschiedet, mit der ich das aufgenommen habe. Und ja. Nun die Frage, soll ich einfach weiterspielen und es fehlen die zwei, drei Tage? Oder wollen wir nochmal neu starten mit einer WG zum Beispiel und eine WG aufbauen? Meine Frage an euch. Ich würde mich gern über Kommentare freuen. Also ich würde mich über die Kommentare natürlich freuen, was ihr dazu sagt. Ähm Wenn nichts kommt, werde ich das Let's Play mit einer anderen Familie weitermachen. Ja gut, aber soviel dazu. Du könntest 5 Uhr, 8 Uhr, ja, ne, ja, ne. Musst du, ne, um 8, oder? Stunden. Du könntest eigentlich schon mal aufstehen und fresh machen, junger Mann. Wenden. Duschen. Gibt's hier Essen. Dann gibt's Essen. Kim macht Essen. Ich sag immer Kim, Jess natürlich. Jess macht Essen. Was ist denn los? Ich muss es mir abgewöhnen. Das ist nicht weg. Das ist nicht Kim. Nein, das ist nicht. Kim schaut etwas anders aus. Ja, bist du total beschämt. Wäre ich auch, wenn ich mir die Hosen gemacht hätte. Trimester sind wir eigentlich. Oh, wir sind im dritten. Wir sind schon im dritten. Hab ich irgendwas verpasst? Nichts verpasst. Jetzt ist es. Selber drin schuld, wenn du beschämt bist. Lasst euch schmecken. Auch unwohl. Ach, ihr zwei. Bloß, weil es hier dreckig ist. Sag mal, du bist nur für verwöhntes. Ja, Chris. Über Fehlverhalten belehren, er hat doch gar nichts gemacht. Hey, ja, ja. Ist echt nur unwohl, weil es hier dreckig ist. Geh mal auf Toilette. Geh mal auf Toilette. Und versteck dich vor allen. Geh mal auf Toilette und versteck dich. Schaut das bei dir aus? Wirklich Kühlschrank? Ja. War der Kühlschrank. Was tut denn jetzt für Probleme? Denn. Was ist denn? Aufräumt? Nein, nichts gibt's. Wo ist denn das? Hä? Ja, jetzt hättest du das machen können. Ich wollte sehen, wo es ist. Das Glas vermisse ich doch schon die ganze Zeit. Wo ist es denn? Ich bin so blind. Wo steht denn hier ein Glas? Ich seh kein Glas. Kim. Äh, Kim. Jess. Mach mal sauber, bitte. Wo ist zum Teufel ein Glas? Ich seh dieses Glas nicht. Ich bin blind. Wo hab ich das hingestellt? Hm. Ich seh das Glas echt nicht. Bin ich zu blind? Keine Ahnung, wo ein Glas ist. Nochmal ein Nickerchen. Zur Schule. Gehst du brav, ja? Hm. Hm. Oh, wir schlafen. Oh, jetzt werde ich auch. Es ist so schwul. Du musst natürlich fleißig lernen. Bist du da wach? Sehr schön. Sender wechseln. Auf. Hopp. Oh, dann tun wir ein bisschen tanzen. Dann dauert es noch. Yeah. Hätt schon gern das Kind noch in der Folge. Yeah, yeah, yeah. Hier geht's gut, hm? La, la, la. Ja. Ja. Du einen Bauch. Du einen dicken Bauch. Ui. Cool, dass wir keine, ähm, ne? Decke haben. Luftig. Sonne scheint. Immer. Fischen geht's gut. Schon gemütlich, ne? Bild. Ja. Nachbarn. Ist schon schön. Was? Hübsche Maus. Ne, ist schon eine hübsche D-Chess. Und ein Foto. So, so, so. Was? Ich will mein Kind. Ich will mein Kind. Was ist hier los? Schneller. Musst schon wieder aufs Klo. Lücki aufs Klo. Lücki. Tappt, tappt, tappt. Sauber, das sah so drecklich aus. Nicht auf, ne? Ich will wissen, wo dieses Glas ist. Hm. Hm. Also, wenn ihr das Glas stehen seht und ich nicht, reibt's einfach. Ich seh's echt nicht. Aber der Kleine wollte es vorhin auch aufräumen. Also, es muss hier irgendwo stehen. Nein, du trinkst nix. Könntest mal das Glas suchen. Geh mal hier rein. Ist dir denn unwohl? stinkt? Das müsste ja jetzt schon stinken. Ah. Wo hau ich das hin? Könntest mal was kochen. Was machst du denn schön? Poladen Schokoflakes. Machen wir. Angucken. Aber was hier noch machen? Ach, Gourmet Menü. Scheiße. Ist das überhaupt schon? Ne, kann ich noch nicht. Kann auch kein Gourmet Menü. Bin ja auch aus Level 3. Aber gleich Level 4. Für alle Abendessen. Da hab ich ja das kann ja was werden, ne? Level 4. Spaghetti und Erdbeerkuchen kann ich jetzt zubereiten. Schaut's denn jetzt hier aus? Fang doch mal an zu blinken, du blödes in Bindung. Fragezeichen, Fragezeichen. Auch mal machen, ne? Oh. Süßes Popcorn. Gebuttertes Popcorn. Lecker Pfannkuchen. So jem. Da bust du, ne? Wie hast du denn lecker Pancakes gegessen? Boah, das war auch mal wieder super. Super. Und? Ist auch gleich. Hättest du jetzt nicht gemusst, aber okay. Ganz schön Zeit. Beschleunigen. Rücken schmink. Rücken schminkt. Essen's. Schneller. ich möchte jetzt mal ein bisschen popcorn lange weile die popcorn maschine kam mit dem accessoire pack was wohnen jetzt heimkino accessoires er kam ja wie jetzt schon normal ich dachte jetzt schon hä also normal ja kam mit heimkino accessoires genauso wie die filmprogramme hier das mit filmen anschauen kann also filme ansehen diese komischen büffeln und pauken abenteuer im raumschiff aus dem jenseits bla 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 diese filme und immer kurz in paumodus diese riesen fernseher hier projektoren ja ich habe jetzt gerade nicht genug geld das weiß ich auch aber diese riesen projektoren filmleinwände kam damit also richtig richtig cool war echt auch nur empfehlen quatsch richtig denn natürlich in den live modus kleiner mann ja wo bist du denn gleich am spielen was soll das denn jetzt hier du nee nee setzt dich jetzt ganz brav hin war dein erster schultag gut angestrengt war du hast aber auch geile augen dachte ich habe nichts weiter verändert außer klamotten die haarfrisur nicht mal die haarfarbe bist du bist du bist du ja brav und schau mal war deine hausaufgaben wo ist es auch mal die hausaufgaben wo ist es jetzt schon klingt immer noch nö wollte aber doch in dieser folge noch das kind kann ich das beschleunigen ja du musst das auch mal wieder was malen gott geld verdienen noch gar nicht verkauft wird es gerade mal verkauft stand einmal ein klassisches großes gemälde ich werde ich noch nicht fertig erst zur hälfte das ist dein dad so schaut es nämlich mal aus ja gut motorikfähigkeit und spielton spielst du dann nach deinen hausaufgaben einfach mal hier raus spielst du auf diesen wunderschönen blüten spiel so war das nicht viel spaß dabei danach hast du hunger na dann und jetzt mal dich schon wieder dasselbe bild mädel kannst du mal was anders machen wär echt voll cool von dir so wer ist denn da uah nein mädel nein was haben darf wir kaufen was ist denn jetzt hier staffelei malen das werde ich dir gleich erfüllen weil du das gleich nochmal malen so oder leh und zwar noch mal ein klassisches mittelgroßes dann wird es ja wohl mal was anders sein öffnen hier ist es für dich boah ich habe jetzt ein vorrat auf die toilette arbeitsspiele wir malen etwas schneller ich dachte ich bin fertig was wird das denn oh was süß geworden das ist echt jetzt wird jemand über träume sprechen malerei ist sechs schon cool äh malen mal ein Land merkt schon ne ich versuche hier oh Gott du isst schon sehr gut dass du schon isst hier muss man das nicht mal sagen ne echt dann gehst du unter ein Bettchen das war das hier ne ja wie es sich für kleine brave Jungs gehört ach ja oh Gott du bist müde Manni will aber mein Kind auch in der Folge das ist mir wurscht wenn es so lange länger geht ist mir jetzt total egal ich will dieses Kind in der Folge Mann ich soll nicht so auf dich warten oha geht es aber gar nicht gut gerade aufgefallen da da ist das Glas komm her hier hä was ist das denn nein der Schrank steht davor Ansicht hä danke Frank bitte bitte geh weg bitte geh weg mal kurz da hinstellen ich will mein Glas ich will mein Glas danke der Schrank der Schrank wieder zurück komm na ich seh nix äh äh steht fast rum ach komisch wir sind da für ein riesen Bild der Schrank steht hier vorm Fenster ah dann geh halt weg so echt ich hab das Glas gefunden wie cool so nein du gehst nicht ins Bett du isst was nein du gehst nicht ins Bett du isst was ich will auch alles sagen holo ja ähm komm nicht mit nein cool danke so wir haben ja ein bisschen Geld verdient heute mit dem Malen dann gehst du darfst du ins Bettchen Paolo geh auch nicht mit da hin so aber gut wenn es jetzt nicht sein soll dann soll es jetzt nicht sein dann warten wir eben bis auf die nächste Folge Spannung steigt Mädchen oder Junge ich hab ja jeweils zwei schönen Namen zur Auswahl bekommen werde ich auf jeden Fall verwenden ja und dann genießt den Abspann und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag sehen uns morgen in der Welt und dann I'm done Juuuush 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 Vielen Dank.